Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und willkommen zu einem spontanen, ja, Let's Play, Live Commentary, PSN-Freunde plus Spezialvideo und ich habe heute, ja eigentlich gesagt, oder ich habe in der ganzen Woche schon in meinen ganzen Videos gesagt, dass ich zwei Wochen offline bin, bin ich jetzt auch, aber mein Chef war so gütig und hat mir ein bisschen freigegeben, das heißt ich muss abends wieder arbeiten und ich dachte einfach mal, jetzt mache ich ein spontanes, kleines, äh, Let's Play so mit PSN-Freundesliste, ich sehe gerade die Lobby, wie wird noch aufgebaut, aber das macht gar nichts, Digga, weil jetzt können wir mal gucken, was ich für Nachrichten bekommen habe, hallo, ich bin Abo von dir, kann ich in den Moin rein, Gruß Dristan Oder hier haben wir zum Beispiel eine Spieleinladung von Ombre01 oder Side006161, schreib, wenn du online kommst, äh, dann sag es mir, oder, ja, ich bin auch mit Don Camora befreundet, ja, und mache gerade ein Praktikum, glaube ich, und wollen wir mal zocken, das ist selbstverständlich, aber zur Zeit habe ich einfach wenig Zeit So, wir spielen jetzt auf jeden Fall Brunnenkrieg, Digga, werden jetzt gleich mal in den Klasseneditor reingehen und einfach mal schauen, was wir so finden An Waffen, so Typ 25, mit der habe ich eigentlich so richtig schlechte Erfahrungen gemacht Aus dem Grund nehmen wir mal die Europe M27, freischalten und ausrüsten Tag 45 haben wir Schuh oft schon benutzt, jetzt nehmen wir einfach mal die B2-3R, genau Ähm, als Parks nehmen wir mal Kugelsichere Weste, was kann man immer gebrauchen Ähm, mal, Kugelsicher, muss man immer sein Und kaltblütig, freischalten und ausrüsten Gewandtheit, oder wie das heißt, äh, Taktikmaske Ich nehme jetzt einfach mal ein paar Sachen spontan Ich habe jetzt von den ganzen Sachen keine Ahnung Wir spielen jetzt auf der Map Aftermath, Herrschaft Und würde ich mal sagen, legen wir los, Digga Und starten, das Ding So Genau Oh man, jetzt werde ich zwei Wochen offline sein ab diesem Video Ist schon ein bisschen traurig, Leute, aber Ja, ihr könnt ja immer noch meine Moin-Klan-Mitglieder adden Stehen ja alle unten in der Videobeschreibung Schreibt ihnen einfach mal eine, ja, eine Freundesanfrage Geht natürlich nur, wenn du eine PS3 habt und so Aber ist egal So, Aftermath, Innenstadt von Los Angeles, USA-Herrschaft Bei Taktik-Einstiegen können sie markieren, wo sie als nächstes wiedergeboren werden Oder so in der Art So, ich habe jetzt, glaube ich, zweimal Handgranähe Aber, was ist das? Leute, was ist das? Zweimal, zweimal Blendgranate oder was ist das? Werden wir gleich mal sehen Ich werde jetzt einfach mal eine Granate abfeuern hier So, zack Jetzt werden wir gleich sehen Lichtblitz bedeutet Blendgranate Ich habe zweimal Blendgranate dabei Und einmal Splittergranate So, was ist das für eine Runde? Herrschaft, genau So, wie das aussieht, müssen wir jetzt zur Flagge B rennen Aber das ist jetzt mal gar nicht so wichtig Ich dachte einfach mal, ich wollte mich bei euch bedanken Weil ihr seid echt geil Ihr seid echt geil, Mann Manche, manche kenne ich ja jetzt schon Ja, richtig lange schon Jahrelang Ja, nahrelang, was heißt jahrelang? Und bald ist ja der Tag gekommen, wo ich jetzt fast ein Jahr auf YouTube bin Und ich werde natürlich ein kleines Special für euch vorbereiten Ich weiß aber noch nicht, was das sein wird Ich werde wahrscheinlich was Ah, Mist, dort Ich würde wahrscheinlich so ein kleines Gewinnspiel machen Vielleicht so 10 Euro PSN-Karte Oder eine Microsoft-Karte verlosen Bin mir noch nicht sicher Oder so ein Spiel vielleicht Ich habe da genug Spiele, Leute Die sind richtig cool Vielleicht Far Cry 3 oder so Ich weiß es noch nicht Bis dahin ist ja noch ein bisschen zeitiger Und ja So Jetzt nehmen wir erstmal C ein Hier ist sicher Und Jaja Leute, ich muss echt mal sagen Ich habe echt geile Abonnenten Ich bin echt stolz auf euch Und äh Eigentlich bin ich nicht der Mann der großen Töne Aber trotzdem muss ich sagen Herzlichen Moin Moin Danke Ah Schaut euch das mal an Haha, der wollte Ah Ah Der wollte mich töten, Digga Okay Dann bleibe ich lieber jetzt mit der Tag 45 am Start Gehen wir mal in das Haus rein Da sind wir sicher Ah Mann Hör mich wohl erschreckt So Jetzt machen wir mal die Ähm Wie heißt sie Die Ähm Messi Taktik Nicht die Dönerladentaktik Sondern die Messi Taktik Ah Ah Achso 92 Mann Aber ich finde schon Die Spieler sind hier richtig schlecht Leute Ähm Weil ich habe jetzt hier schon Ganze Zweier Abschlachtung Und das ist ja für mich ja schon Eine gute Leistung Das machen wir mal posten nach hier So Wie lange haben wir denn noch Digga Zwei Minuten 51 Sekunden Ist auch Schöne Zeit hier So Wen haben wir denn da oben Barbers Wie heißt er denn Es muss jetzt mal hier ablesen Barbers Dead Trois Hey Du bist auf youtube digga Auf meinem kanal der junge zocker Ganz mal Kannst ja mal ein moin da lassen Auf meinem video Scheiße Ich finde meine stimme hört sich ein bisschen komisch an So irgendwie so gelangweilt Weil Ja dieses hetze Das macht ein bisschen meine stimme so dumm Er wisst ja wie meine stimme eigentlich ist So ein bisschen Lalalalalala So ein bisschen verrückt halt So Mal gucken hier Wie steht es jetzt 49 zu 47 Es ist ein knapper Kampf Ein sehr knapper Kampf Oh nein Oh Gott Wie sieht es jetzt aus Es ist jetzt echt spannend Leute Jetzt müssen wir erstmal zu B rennen Und das Ding reißen Weil hier steht es 43 zu 49 Für FBI Wer gewinnt dieses Match Wer gewinnt dieses Match Wer bekommt die Ehre Wer bekommt die Frauen Wer bekommt die Frauen Oh nein Oh nein Oh nein Ja FBI hat auf jeden Fall gewonnen Wie es aussieht Da steht nämlich jetzt schon 59 zu 52 Ja super Schmeißen wir mal das Ding hier hin Machen wir mal Explosionen Leute Ich weiß Die meisten Die meisten spielen deutlich besser als ich Aber Für mich Ich bekomme das einfach nicht hin Guck mal Ich habe so klobige Zockerhände Also so richtig kleine So kleine schmale Hände Und ich kriege das irgendwie nicht hin Irgendwie die ganzen Gegner Abzumurksen Aber Früher war ich besser Und ihr wisst ja Ich hatte ja mal frei so Wie lange hatte ich da frei so Ich hatte mal so vier Wochen Urlaub Habt ihr bestimmt mal alle mitbekommen und so Und Ja Da Da habe ich nur gesuchtet Nur Black Ops gesuchtet Und da hatte ich natürlich Endlich mal die Drohne freigeschaltet Was bei mir ja auch schon was Besonderes ist Aber jetzt Jetzt seit ich dem Seitdem ich arbeite Digga Da geht einfach nichts mehr Da ist einfach alles Sozert irgendwie tot bei mir Oh Der hat was Der hat was gutes Guck mal das Ding Oh nice digga Oh sehr nice Oh nein man Rock'n'Roller 13 Oh Betty 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 So Gut Jetzt ziehen wir mal hier hoch Open the door So Ich habe gestern Vorher einen geilen Film angeguckt Mit Nicolas Cage Man Irgendwas mit der Zukunft Alter Den kann ich euch auf jeden Fall empfehlen Weiß den Namen zwar nicht mehr Aber vielleicht wisst ihr ja Was ich meine So Heute müsst ihr nichts erraten Oder so in meinem Video Aber ich sage jetzt einfach mal Ciao Bis zum nächsten Mal Euer YouTube Gamescom Auf der Playstation Reihe Die letzten Sekunden Schauen wir uns an Es steht 84 Oh nein 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 Wir müssen das Ding gewinnen Digga Wir müssen das Ding gewinnen Ja Scheiße Ich habe gerade noch einen Kill gemacht 88 zu 86 Wir haben das Ding verloren Vielen Dank auch So Mach aber gar nichts Ich sage ciao Und jetzt schauen wir nochmal In die PSN Freundesliste rein YouTube Gamescom Overload PS3 Lords TIx Freaks Sind alle hier am Start Ich werde es einfach mal ein bisschen nach unten scrollen Ich hoffe ich bin nicht so schnell So Gucken wir noch ein bisschen labern So die neue Runde hat schon begonnen Aber die werden wir wahrscheinlich gar nicht mehr anzocken Weil ich muss jetzt auch rausgehen Drei Leute sind bei mir online Es ist der 23.14 Es ist 10.14 Und bis zum nächsten Mal Ciao